So Ghost Gang, was geht ab? Wir checken jetzt den ersten Newcomer, das ist ZEB, mit FakeSmile. Immer sehr atmosphärisch. Voll geil, uns ging's gut, hab gesmilt, wir waren cool, wir waren breit, kennst du diese Zeit? Richtig schöne Atmosphäre, schön aufgebaut und dann auch noch dieses chillige noch, ne? Sehr schön mit der Stimme auch, die Stimme passt auch ganz gut drauf, harmoniert sehr gut mit dem Beat. Macht auf jeden Fall Feelings. Diese Zeit, alles gut, alles geil, wir waren jung, waren high, dir ging's gut, nur am Smilen, das war mein FakeSmile, FakeSmile, nein, das war alles nicht echt, nein, nein. Das war alles nur gefaked, mein FakeSmile, nein, wie kann das alles echt sein, sein? Also wirklich, ohne Witz, ne schöne Reimequalität und dann auch noch dieses, ähm, dieses Feeling noch, was es hier bringt, ne? Und dann auch noch dieses, das war alles nur mein FakeSmile, FakeSmile, das war alles fake, weil, FakeSmile, ne? Das bleibt auch direkt im Kopf und es passt einfach super von der Atmosphäre und so, ne? Richtig nice. Das war nur mein FakeSmile, FakeSmile, nein, das war alles nicht echt, nein, nein. Das war alles nur gefaked, mein FakeSmile, nein, wie könnte das alles echt sein, sein? Ey, ich seh dich, wie du lachst, alles cool, du hast Spaß, es ist schon gut, mach deinen Tag zu den Besten des Jahres, seh mich, wie ich lach, alles gut, alles hack, weil es stört, jeder fragt, geht's dir gut und ich sag, es sag... Ey, wirklich sehr, sehr schön, auch diese, diese Reime, die er da setzt, ne? Und auch diese Facette, auch mit diesen, mit dieser eigenen Melodie. Das kommt richtig nice, richtig schön, atmosphärisch, ne? Es baut alles auf und dann noch diese schöne Hook noch dabei, ne? Richtig schön. Auch sehr geil, ist alles Fake-Scheiß, darum passe ich mich an. Dann lasse ich sein, und sowas, ne? So, auf jeden Fall geil, wieder so ein A-B-A-B-Technik auch noch mit drin, ne? Obwohl es eigentlich mehr so komplett eigentlich so auf Gesang aus ist, aber auch wieder schön mit der Technik auch gespielt, ne? Ja, ich passe mich an, mir geht es echt nice, guck ich lach doch verdammt, verdammt, ich lach, damit niemand mich sieht, ich lach, war alles cool, war nur bisschen zu viel, ich pass mich an, damit niemand mich sieht, mir geht es gut, ist alles top, wie man sieht. Nein, das war mein Fake-Smile, Fake-Smile, nein, das war alles nicht echt, nein, nein. Nein, das war alles nur gefaked, mein Fake-Smile, nein, wie könnte das alles echt sein, sein? Das war mein Fake-Smile, Fake-Smile, nein, das war mein Fake-Smile, Fake-Smile, nein, das war alles nur gefaked, mein Fake-Smile, nein, wie könnte das alles echt sein, sein? Das war mein Fake-Smile, Fake-Smile. Sehr geiler Track, natürlich, sehr, sehr atmosphärisch, ne, holt euch das Album hier von ZEB, 20 oder 2032 oder 2032, 13.03.2020 das erschienen, also könnt ihr euch überall streamen, ne, überall, äh, digital erhältlich, also, Hallöchen Freezy! Schön, dass du da bist! So, also mich hat es auf jeden Fall sehr gecatcht, es war sehr atmosphärisch, hat eine gute Reime-Qualität gehabt, eine gute Struktur, ne, es war eine schöne Melodien, und, ähm, es hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, ne, war sehr, sehr schön, atmosphärisch auch, ne, hat auch einen schönen Ohrwohn-Charakter gehabt, sehr nice. Könnt ihr euch gönnen, hier einfach mal ein Like dalassen, gerne auch abonnieren, ne, und natürlich auch den Link in die breite Masse, ihr kennt es doch, ne, ihr kennt das doch! Alle, ja, 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 ja! Ja, ja, das ist ja auch schon! Ja, ja.